Wenn ich in der Früh in die Firma komme, dann schaue ich erstmal meine E-Mails an, bearbeite die Sachen, die ich vom Vortrag noch übrig gehabt habe, frage dann mal meine Kollegen, ob ich für sie was machen darf. Meistens darf ich dann Sendungen erfassen. Die Work-Life-Balance bei Quenberger sieht so aus, dass wir zwei Home-Office-Tage zur Verfügung stellen, die können verwendet werden oder auch nicht. Das obliegt den Mitarbeiter selbst. Ich persönlich bin Mama von zwei Jungs und für mich ist Work-Life-Balance sehr wichtig. Ich kann das trotz meiner Vollzeitbeschäftigung beim Quenberger sehr gut kompensieren. Man kann sich flexibel einteilen und organisieren. Teambuilding ist bei uns sehr groß geschrieben. Man kann immer, wenn man Probleme hat, mit den anderen reden. Es hat immer wieder ein offenes Ohr für einen. Man arbeitet einfach immer gemeinsam mit dem Team und das funktioniert voll gut. Also unser Teamspirit ist wirklich großartig. Das Schöne ist einfach, dass wir sehr, sehr nahe beisammen sind. Wir tauschen uns täglich, stündlich aus. Und wir haben auch sehr, sehr viel Spaß miteinander, gerade in den Pausen und auch privat außerhalb der Arbeitszeiten. Zum Thema Team-Events gibt es zum Beispiel einmal im Jahr Fußballspiel. Da kommen dann die ganzen Standorte zusammen, wo man auch viel Leute kennenlernt. Und das ist dann einmal sehr interessant. Eines meiner Lieblingsprogramme ist es, dass wir im Bereich Q-Active auch eine Art Mitarbeiter bewegen, Mitarbeiter machen. Das heißt, ein Mitarbeiter, der beispielsweise gerne Tennis spielt, nimmt die Kollegen mit und spielt mit denen irgendwann nach der Arbeit eine Runde Tennis. Wir haben einen Skitag gemacht, also ein Ski-Wochenende, um genau zu sein. Wir haben jede Person, also jeden Mitarbeiter bei uns am Standort gefragt und haben dann ein Wochenende mit Übernachtung organisiert in Bad Hofgastein. Wir waren am Samstag, waren wir Ski fahren. Anschließend hat es dann Abendessen gegeben und dann ein bisschen Après-Ski. Mit meiner Führungskraft habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Ich schätze es sehr, dass ich jederzeit meine Anliegen anbringen kann. Generell wird es beim Queenberger so gelebt, dass die Führungskräfte einen eher partizipativen Führungsstil leben und im Team immer gemeinsam Entscheidungen getroffen werden. Auch die abteilungs- und standortübergreifende Zusammenarbeit ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich bin sehr viel unterwegs, auch in Osteuropa und dieser kulturelle und Wissensaustausch ist für mich immer sehr bereichernd. Queenberger bietet sehr viele Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten an, fängt vom Young Generation Programm an und endet beim Young Professional Programm. Mir macht am meisten Spaß, dass bei Queenberger Logistics kein Arbeitstag ist wie der andere. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, es ist sehr, sehr dynamisch und man kann auch selbst sehr viel bewegen, weil Ideen einfach willkommen sind.